Hi, willkommen zu einer weiteren Folge von Wondersong. Ja, wir reden jetzt endlich mit dem Dream King, dem es nicht so gut geht. Also, offensichtlich. Mr. Dream King! Uh, how are you doing? Fantastic. Fantastisch, definitiv nicht. Das Röhrer-Ting, an einer Alarmung-Rate. Still got my winning personality and charm. Hey, das ist schöner, bist du weiter als der Heart King. Der King of Hearts, wie auch immer. See? Mr. Dream King, we really got to talk. Oh, boy. Great. The hero's on her way, here right now. And you're the very last Overseer. If she kills you, that's the end of the world. Oh, wow. Really? Thanks. Didn't know that. Ah, enough with the cess. We need the Earth Thong from you. Before you're dead. Give him the last piece now. Okay. Sure. I feel a little bit kiffed. You will? No. You know, it always, almost makes me sad. Realizing you will never get it. Because you won't give it. I don't mean the Earth Thong. I mean, it. You've traveled all over the world now. You must have seen yourself. Everything is falling apart. Everyone is losing hope. Why is it always darker? Those sounds are just signs of the end coming. That's what the end is. It's inevitable. Collecting sunk pieces doesn't matter. and clinging onto the Earth Thong as some kind of easy answer for all your problems. That's what's sad. Hey, come. Guck mal. Du kannst jetzt entscheiden, ob du am Hero durch ein Schwert stirbst oder dadurch, dass du mir ein Stück von einem Song gibst, von dem du denkst, dass es eh nichts bringt. Wenn es eh nichts bringt, dann kannst du mir auch geben. Weil sterben tust du eher so oder so. This world was over before you even started. That's it? You want to just give up? On the Earth Thong? It's impossible. Everyone and everything are moving apart. Always have been. Ever since the universe started. expanding, decaying. If the whole world could still act together as one, the end wouldn't have come in the first place. Look, I don't want it to be over either. I did everything I could to delay it. I broke the roots. but that made everything worse. The world outside turned ugly when I started. People are suffering. Do you interest me for the people? Then give me the song. Making the world go on longer just is natural. You need to let go of it. That was easy. That's the end then, right? Credits roll. Thanks for playing. I can't believe you did that, Audrey. Quit acting so surprised. You both did a great job. Getting in my way at every step. But in the long run it was pointless. I win. You losers never stood a chance. Feels good, to be honest. I almost wish it wasn't this easy. Ayala told me about what happened between you. She didn't lie to you, did she? She believed in us. If you had just waited we could have saved the Dream King. She told you that, huh? Okay, it's true. In the end even Ayala turned on me. That's why I ditched her. Because she was wrong. But when she the boat on Ayala is it is she not over you and has more right than you. And I mean she brings Ayala's will. And if Ayala's will is to do the bath to do the bath. You have to accept it. Oh yeah, And if you never understand that it doesn't matter. It's over. Oh crap. Is it happening? Is it happening? the dream king has us fucked up and that's actually he and it's not over. I don't know what's going on. a real final boss. You're insane. That means we still have a chance. We have to stop her from killing the dream king. Okay, it's the dream king. I know that. One last chance. You me and a giant evil boss monster against one lone hero. Pretty good. Oh, that's right. Oh, scheiße. Ich weiß doch nicht wie ich dich ... ... Oh, nein, scheiße. Ah, this is stupid. Ich versuchte die Sternenschnurren auf sie zu leiten. Steal her sword. Steal her sword? Das ist schrecklich. Aber okay. Du fokussst auf distracting her. Ich gehe für die sword. Nein. Ich habe geintet. Ja, ich werde das verlieren. Shit. Können jetzt mal wieder Sternenschnurren kommen? Ah, da kam eine. Verdammt, ich hätte warten sollen. Ich habe die Szene jetzt die ganze Zeit wiederholen. Also ich meine, ich hab sie ja jetzt getroffen, was soll ich noch machen? Ich kann doch nicht so viel auf einmal steuern. Also ich weiß noch nicht ganz, wie ich das machen soll. Soll ich das verlieren? Ich muss actually kurz stoppen. Scheiße, draußen ist eine Ankündigung. Ich war erst so, ist das ein In-Game-Sound? Aber, shit. Ich hoffe, dass meine hier Leute das mitbekommen haben. Keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung, ich check's nicht. Okay, mein Strombild gleich abgeschaltet. Ich hoffe, dass... Also, weil die Stadtwerke hier muss reparieren. Keine Ahnung. Ich hoffe, bis dahin krieg ich das hier fertig. Wo ich immer noch nicht weiß, was ich hier zu tun hab. Ich, ich bin drauf. Oh, wie lange soll das denn noch so gehen? Ich verstehe halt wirklich nicht, was ich machen soll. Soweit ich hittet jetzt damit. Okay, und... Ja... Dann muss ich die nochmal wieder aufs die Hütte. So... Hat sich gut angefühlt. Das kann ich jetzt nicht nehmen. Warum? Also, ich muss sie mit diesen Stern-Dingern treffen. Okay, aber das kann sie doch nicht... Keine Ahnung. Das finde ich gar nicht so geil. Äh... Don't move. Bitte wird mir der Strom jetzt nicht ausgeschaltet. Aber unsere Hausnummern sind betroffen. Ich weiß nicht, warum die den Strom hier von der Straße ausschalten müssen. Boah, wenn jetzt jetzt die Aufnahme verändert wird, weil der PC aus, weil er keinen Strom hat, dann bin ich sauer. Sie... 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 Es schwierig. Aber, ja... Sie Paige tut mir rein Nein. Nein, kann ich nicht. Nein, kann ich nicht. Kann ich speichern? Kann ich bitte, bitte, bitte? Sechs Minuten. Warum speichern? Warum gibt es keine Speicheroption? Ja, ich habe es mal gedacht. Boah, gar kein Ton, das ist ganz weird. Okay, jetzt können wir speichern. Okay, sorry. Für die Unterbrechungen, aber ich wollte das echt nicht nochmal machen. Und jetzt mit dem Strom, das ist jetzt echt blöd. Also damit bis zum nächsten Mal. Ciao.